Oh mein Gott, guck dir bitte diese fetten Champignons an. Wie krass groß sind die bitte? Ich würde mal sagen, perfekt um die zu befüllen, dafür einfach dieses Mittelteil ausnehmen und klein hacken. Dann habe ich hier ca. 250 Gramm Rinderhackfleisch und da gebe ich das jetzt rein. Mit etwas Salz, getrockneten Kräutern und Pfeffer würzen. So ca. 2 Esslöffel Sahne hinzufügen und etwas Käse reinreiben. Ich habe jetzt hier einfach Cheddar genommen. Pilze damit befüllen, in eine Auflaufform geben, die lassen nämlich etwas Wasser. Mit Avocadoöl beträufeln und bei 200 Grad Umluft für 30 bis 35 Minuten backen, je nach Größe. Wow, das sieht richtig lecker aus. Mit frischen Kräutern servieren, super saftig und mit nur 3 Gramm Kohlenhydraten, perfekt für deine Keto-Diät.